Und in Mölln bin ich jetzt verbunden mit Konstantin von Notz. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Deutschen Bundestag. Ich grüße Sie nach Niedersachsen. Guten Morgen nach Bonn. Schleswig-Holstein ist... Oh, verzeihen Sie. Schauen Sie, habe ich schon was dazugelernt, bevor wir das Gespräch richtig begonnen haben. Herr von Notz, Lagebericht IT-Sicherheit in Deutschland. Auf welche Bedrohungen muss sich Deutschland künftig einstellen? Ich glaube, wie wir in dem Beitrag eben auch gehört haben, die Lage ist sehr ernst seit vielen Jahren. Wir haben Angriffe wie Stuxnet. Wir wissen von Edward Snowden über die vielfältigen Spionageaktivitäten auf der ganzen Welt. Wir hatten den Angriff auf den Deutschen Bundestag. Die Hütte brennt lichterloh. Und die digitale Infrastruktur ist eine ganz sensible Infrastruktur und sie wird nicht ausreichend geschützt. Und das ist ein Versagen der Bundesregierung. Man muss es leider so sagen. Wenn Sie sagen, es gibt ein Versagen der Bundesregierung, werden wir noch ein bisschen näher in die Analyse reingehen. Es wird immer wieder bekannt, häufig erst im Nachhinein, über Cyberangriffe auf sensible Infrastruktur. Da sind Krankenhäuser dabei, Stadtverwaltungen, aber natürlich auch Stromerzeuger. Warum? Wobei wir das schon so lange wissen, kommen wir da nicht zum Punkt. Ja, es ist wirklich ein Problem. Geredet wird über all das schon ganz lange. Und auch Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, sagt vollkommen richtig, dass die Gefahren im Cyberraum, die Angriffe über das Netz, eine ganz relevante Sicherheitsgefahr sind. Und trotzdem kommt eben das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 seit Jahren nicht. Die kommen nicht aus dem Knick. Und das ist einfach sozusagen schlechte Regierungsarbeit. Man muss es so sagen. Wir führen seit Jahren die gleichen Diskussionen. Es ist völlig klar, was gemacht werden muss. Es müssen Standards geschaffen werden. Es muss die Investitionen in IT-Sicherheit müssen gefördert werden. Es braucht eine Meldepflicht für Angriffe, wie wir sie eben beschrieben bekommen haben. Und all das passiert nicht. Gleichzeitig handeln deutsche Sicherheitsbehörden auch mit Sicherheitslücken. Also es gibt keine Strategie, kein richtiges Konzept. Und die relevanten Gesetze kommen nicht. Und dafür trägt die Bundesregierung, insbesondere das Bundesinnenministerium, die Verantwortung. Sie haben jetzt das schon angesprochen, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was tatsächlich eben schon seit mindestens zwei Jahren in der Pipeline immer mal wieder hin und her bewegt wird. Natürlich hätten Sie auch als Opposition einfach die Option, einen Gesetzentwurf einzubringen, oder? Das haben wir getan. Wie alle anderen Oppositionsparteien übrigens auch. Also wir nehmen seit vielen Jahren sehr konstruktiv an dieser Debatte teil. Und man muss sagen, die Regierung steht da auf der Bremse. Wenn wir unsere Anträge, die wir genau zu diesem Thema einbringen, im Bundestag debattieren, dann wird immer gesagt, ja, und so wird alles noch viel schöner als bei euch und ganz, ganz bald. Und dann passiert eben nichts. Und wir sind in der Schlusskurve dieser Legislaturperiode. Und es ist wirklich zu befürchten, dass die GroKo hier blank bleibt und nichts abliefert. Und das ist angesichts der Bedrohungslage aus dem Netz einfach nicht hinzunehmen. Und es ist ein Sicherheitsrisiko, was sich hier abspielt. Und ich kann nur sagen, die Opposition, insbesondere meine Fraktion, haben hier vorgelegt, die Bundesregierung hinkt hinterher. Ein anderer Debattenpunkt, der mit Sicherheit in den Infrastrukturen zu tun hat, ist der 5G-Netzausbau. Es gibt auch darüber monatelange Debatten, insbesondere über die mögliche Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei. Unter welchen Bedingungen aus Ihrer Sicht, es gibt ja jetzt sozusagen so eine vorsichtige Position der Bundesregierung, unter welchen Bedingungen kann denn das sauber stattfinden? Ja, ich glaube, dass die Debatte um 5G und Huawei eine Facette dieser Diskussion sind. Und dass die Leerstelle der Bundesregierung sozusagen in diesem Politikbereich, in dieser Debatte besonders hart aufschlägt. Natürlich könnte man durch Standards, Sicherheitsanforderungen, sozusagen, was muss ein Unternehmen tun, dass Technik in der digitalen Infrastruktur in Deutschland verbaut. Welche Voraussetzungen muss ein solches Unternehmen erfüllen? Welche Voraussetzungen muss die Technik erfüllen? All das hätte gesetzlich längst geregelt sein können. Das macht die Bundesregierung nicht. Und jetzt führen wir so bauchige Diskussionen. Ist Huawei ein Konzern, dem man vertrauen kann oder nicht? Sind andere Konzerne besser oder wird nicht überall spioniert? Das hilft uns alles nicht weiter. Ganz klar ist, der 5G-Netzausbau ist ein mega sensibles, auch sicherheitssensibles Thema. Und dass die Bundesregierung hier sozusagen so im Nebel stochert und man so pro-contra-China-Diskussionen führt, hilft uns überhaupt nicht weiter. Und da sieht man eben auch, dass dieses Sicherheitsproblem, was wir haben, am Ende dazu führt, dass Deutschland technologisch abgehängt wird. Deswegen, das ist einfach eine verheerende Entwicklung. Und hier müsste man dringend aus dem Quark kommen. Fehlende Handlungsfähigkeit von Deutschland. Wir sagen vielen Dank nach Schleswig-Holstein, an Konstantin von Nords, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen Bundestag. Danke im Phoenix-Tagesgespräch. Ganz herzlichen Dank. Schönen Tag Ihnen. Merci.